Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Uncharted 2 Amon Thieves. So, wir sind im letzten Part wieder auf Elena getroffen. Die alte, die muss halt immer da sein. Jetzt haben wir zwei Zicken und einen Spackhund an unserer Seite. Macht die Sache mit Sicherheit nicht leichter, aber mal gucken. Da hinten ist eine Leiter. Oh Mann. Vielleicht können wir rüberschwimmen. Die Strömung ist stark. Das schaffen wir nie. Nein, 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 nein. Okay, das hier würde mich interessieren. Warum kann ich das nicht sprengen? Tja. Tja, die halbe Miete ist jetzt aber nicht ganz ausreichend, oder? Kann ich das andere auch noch sprengen? Wem? Wem helfe ich hoch? Ach, komm schon, Chloe. Kann ich da irgendwas sprengen? Au! Das hätte ganz schön ins Auge gehen können. Oh Mann, das gefällt mir nicht. In die Richtung, in die sich Scott bewegt, das gefällt mir nicht. Okay. Ah. Cool. Gar nicht schlecht, hä? Okay, damit hat er jetzt nicht gerechnet, dass das ganz so easy sein wird. Scheinbar auch die Spielentwickler nicht, weil die haben hier mehrere Propanflaschen hingestellt. Und da unten sind auch nochmal drei. Also die haben das hier auf mehrere Versuche ganz offensichtlich ausgesetzt. Ja, geht schon mal vor. Genau. Ist okay. Lasst mich zurück. Lasst den armen Nate einfach zurück. Bin ich jetzt endlich unten? Endlich. Na gut. Dann über die Autos springen, oder? Sehe ich richtig. Ja, klar sehe ich es richtig. Was sollte da auch schon schief gehen? Da würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Ach so. Oh, cool. Ich dachte schon, man darf nicht ins Wasser fallen, aber das war jetzt kein Problem. Wasser ist okay. Alles klar. Gibt es hier noch Schätze? Wartet, ich muss noch kurz plündern. Bitte warten. M looten. Nicht plündern, looten. Aber allein. Och, nee. Och, nee. Habe ich keine Granaten? Haben die den gerade selbst durchgesiebt, oder? In Ernst, das habe ich keine Granaten. Eine ganz offensichtige... Granate! Okay. Ich meinte es nicht, somit habe ich keine Granaten. Ich hätte jetzt echt gerne Granaten. Liegt bei euch hinten eine Granate rum? Ich vermute jetzt mal nicht, oder? Geil, da kommen auch noch... Neue Hampte-Gang jetzt. Ey, jetzt habe ich keine Granaten. Ich habe da vorher heute. Okay, ich nehme die UC. Die UC ist echt anstrengend. Also, die UC sind in dem Fall wirklich angenehmer. So, alles gleich. Ich muss wohl hier hoch. So. Ich muss ja immer noch nicht hören. Aber jetzt. Okay. So. Gut. Mädels, der Weg ist... Ach du Scheiße. Das ist so ein guter Festlegter. Na also. Ja, ich will noch schnell... Ist das bei dem immer so? Ja, ist es. So ziemlich. Das steht in der Stellenbeschreibung so drin. So, ein bisschen Uzi-Munition, sehr schön. Ah, die Fall, die hat fast keine Ammon mehr. Naja, dann wird es halt danach wieder eine AK, was soll's. Haben wir auch schon genug mitgespielt. Aber die Uzi, die bleibt jetzt erst mal. Die ist echt Premium. Warum habe ich mich eigentlich immer so gegen die Uzi gesträubt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Hätte ich auch hier hochkommen können. Also, keine Schätze. Alles klar. Und sonst war's das auch. Bei dem hier, der hat nur ne... Oh, der hat Granaten. Oh, sehr schön. Das wäre vorher echt ne feine Sache gewesen, so ne Granate. Ich hab aber keine Ahnung, warum ich keine hatte. Eigentlich bin ich mir sicher, dass ich welche gehabt hätte. Oder hätte haben sollen. Okay, cooler Raum. Ach, da ist ein Rohr. Ich hab ein Rohr. Nicht das, was ich mir schon wieder denke, die Fertilchen. So. Seht ihr, was da oben? Kommt, hier lang. Kommt hier lang. Ach, du Scheiße. Das waren Widerstandskämpfer. Das waren Widerstandskämpfer. Die mit einem Panzer gehackten werden. Nicht so langsam. Mit einer Schrotflinte nach Spatzen schießen. Okay, sind alle da? Oder kriecht ihr noch rüber? Wo habt ihr... Ach, Elena war zwischendrin. Okay. Habt ihr da ein kleines Sandwich gebildet? Okay, nach oben geht's wohl nicht mehr. Okay, jetzt auf einmal hast du's eilig. Das ist... Das verheißt nichts Gutes, Leute. Und keine Schätze. Können wir so ein Fahrrad nehmen? Dann wären wir ein bisschen schneller unterwegs. Okay. Das Wohnzimmer schaut gut aus. Ne, wir können im Wohnzimmer nichts klauen. Alles klar. Okay. Hier sollten wir sicher sein. Jaja, bestimmt. Wie genau kommst du darauf, dass wir hier sicher sein sollten? Weil die heilige Tempel nicht angreifen, weil sie auf einmal eine Moral entwickeln? Ich glaube, du erzählst ganz schön einen Schuss. Äh, Stuss. Ach, da ist was, da ist was, da ist was. Weg. Genau. Genau danach suche ich. Das schaut mal gar nicht mal so hässlich aus. Silberner Shiva-Amulett. Das ist wenigstens mal wieder was wert. Nicht viel, aber es ist was wert. Außer es ist alt. Dann ist es vielleicht sogar viel wert. Glaube ich aber nicht. Okay, hier ist eine Küche. Ein Burger für unterwegs. Nope. Nicht so Burger. Jo, die gehen da schon mal gemütlich vor. Macht mal. Ich bin nach wie vor Schatzsucher. Schrägstich-Plünderer. Steht in der Stellenbeschreibung so drin. Schrägstich-Mörder. Schrägstich-Schlechter. Ja, ist eine längere Stellenbeschreibung. Kürt aber so. Gut, gehen wir in den Tempel rein. Nachdem wir da unten. Okay. Mega-Rosa-Vier ist Millionen wert. Sehe ich das richtig? Du wetteiferst also mit einem Kriegsverbrecher um einen mythischen Edelstein? Wenn du das so sagst, klingt es allerdings ziemlich bescheuert. Wer hat dich denn gefragt, Jeff? Und der soll in diesem Tempel sein. Naja, der Stein selbst ist nicht hier. Hey, Settmarie! Er ist in Shambhala. Shambhala. Nate? Ja, weißt du, Shangri-La. Kommst du mal bitte her, Schätzchen. Vielleicht wäre es besser, wir würden diese Unterhaltung drinnen fortsetzen. Gute Idee. Kommt! Okay, gut. Hier sind wir erstmal sicher. Das ergibt keinen Sinn, Nate. Lazarewitsch kann wohl kaum auf Geld aus sein. Er braucht keins. Du übersiehst was. Komm schon. Wir sind nicht zum Spaß hier. Ihr zwei bleibt hier. Gut. Bitte bleibt, wo ihr seid. Wir sind gleich wieder da. Wer es glaubt. Na, das ist schon besser. Na, ich weiß nicht. Glaubst du, die sind ein Paar? Die sind kein Paar. Oh, Mann. Viele Granaten. Das ist in der Regel kein gutes Zeichen, oder? Irgendeiner hat hier aber die Kerzen angezündet. Das ist nett. Das ist wirklich nett. Was haben wir hier? Eingestürzt. Na, da kommen wahrscheinlich nachher welche, oder? Und Elena und Jeff, die bleiben doch niemals da hinten. Hätten wir die Schuhe ausziehen sollen? Macht man das hier so? Dass ich hier hoch kann, das ist doch sicher kein Zufall. Ja, klar ist das kein Zufall. Ich hab einen Löffel, Leute. Altarlöffel aus Bronze. Sonst, wir können nach Hause gehen. Scheiß auf den Stein. Ich hab einen Löffel. Wertvoller als alles, was ich je noch finden kann. Ja, der ist ganz schön groß. Ach so, wir reden von dem Tempel, okay. Ähm, wieso ist denn die Seite hier so? Kann das sein, dass ich irgendwas übersehen hab? Ich muss da rauf. Aber wie? Hm. Also irgendwie fehlen mir hier Notizen. Also... Meine Kryptografiefähigkeiten sind jetzt nicht so ausgeprägt. Okay. Ich muss da irgendwie rauf, alles klar. Ja, machen wir mal. Jetzt nicht das erste, wo wir hochklettern, oder Nate? Hm, wie komm ich da rauf? Wie vorhin bist du da runtergekommen? Okay, hier ist Wasser. Ja. 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 Eigentlich schon. Also, das wär jetzt... Der Hauptgrund auf jeden Fall gewesen. Aber das mit der Seite... Find ich jetzt eher uncool. Dass da irgendwie... Weil er hat sie hier aufgeschlagen. Und ich vermute, das ist tatsächlich die Statue, aber... Hm. Okay, ich muss da hoch. Alles klar. Ich glaube, hier an der... Da kann ich... Bleib... Bleib... Nate. So. Einmal hoch und da ist eine Stange. Warte. Ich seh mir das mal näher an. Okay. Ich warte hier unten. Ja. Und zieh dein T-Shirt aus. Würde mich motivieren. Mich zu beeilen. Wie kann das eigentlich sein, dass ich immer so absolut strange springe? Ist das gut? Sicher, dass das stimmt? Nein. Und rauf mit dir. Wie sieht das aus? Na, woher soll ich das wissen? Du hast doch das Buch. Ja, aber in dem Buch ist irgendwie alles ausge... ...bleicht. Ich blätter jetzt nochmal durch. Also da... Da stimmt doch irgendwas nicht. Nö, da kommt auch nichts mehr. Also irgendwie... ...fehlt mir da was. Das ist aber eher ungut, Leute. Das ist jetzt eher ungut. Ja, lassen wir es mal so. Wird schon passen. Ich glaube, die rechte Seite schaut nach oben, wenn das jetzt stimmt. Das rechts unten, wo seine Hand ist, das könnte ein Dreizack sein. Und auf der linken Seite könnte sein, dass es nach oben schaut. Okay, drehen wir es nochmal. Den wollen wir noch hoch. So. Der darf hoch gucken. Und dann müssen wir auf der anderen Seite... ...runter... ...nochmal hoch am Klettern. So, wie komme ich aber auf der anderen Seite hoch? Geschafft. Geschafft. Kann das eigentlich den gleichen Weg... ...nähe, oder? Okay, so komme ich nicht hoch. Moment. Also, dass jetzt die Einträge hier im Buch nicht passen... ...das ist jetzt eher schlecht. Also, bisher hat mich das Buch noch nie im Stich gelassen, aber... ...das ist jetzt echt eh ungut. Das sind vier Arme, sehe ich das richtig? Okay. Und schon. Sehr schön. Danke. So. Okay, darüber. Das ist klar. So weit... ...so weit ist das auf jeden Fall. Mann, hast du Glück. Das nennst du Glück? Ey, ich kann aber irgendwie hoch. Seht ihr das? Das verwundert mich jetzt ein bisschen. Und da sind auch irgendwie Griffe. Naja. Wieso kann ich da hoch? Ich vermute jetzt... Wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt ehrlich bin, glaube ich fast... ...dass ich... Okay, wenn ihr mich fragt... ...kann ich das ohne... ...ohne den Bild nicht lösen. Das geht nicht. Das wäre jetzt gerate. Daher gucke ich jetzt mal schnell, wo ich das Bild hier kriege. Also, wir sehen uns gleich. So, ich glaube, ich habe jetzt ein Bild gefunden, was... ...halbwegs brauchbar ist. Jetzt schaue ich mir die Statue noch mal an. Moment, Moment, Moment. Und zwar... Ähm... Der linke Arm, der muss noch ausgestreckt werden. Und der Rest, glaube ich, passt so weit eigentlich sogar. Das heißt, ich kann jetzt hier eigentlich einfach hochlaufen. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Und muss eigentlich nur noch den hier... ...gerade strecken. Und ich bin wieder im Wasser. Ey, das ist doch jetzt echt... Das ist doch echt rotz. Was soll die Scheiße? Also, die Hand ist ausgestreckt. Hm. Also, ich behaupte, genauso sollte es sein. Aber es ist... ...passiert ja auch nichts. Kann ich da unten noch irgendwas interagieren? Den Bauch streicheln oder so? Ach, ist das jetzt stuhl, Leute. Also, ich würde jetzt fast darauf tippen, dass mein Game Selfie gerade ein bisschen korrupt ist. Ich meine, ihr seht ja, was ich meine. Also... Bei aller Liebe, also... Nö. Und ich glaube, das ist sowas eigentlich auch richtig. Okay, ich muss nochmal kurz Pause machen. Also, wir... Okay, ich glaube, eine Kleinigkeit habe ich tatsächlich noch übersehen. So. Und zwar müssen wir dafür hier nochmal hoch. Nochmal dahin jumpen. Hoch mit dir. Hoch mit dir. Komm schon, Nate. Wow, 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 wow. Und jetzt... Hier hoch. Hier hoch. Okay, fast. So. Jetzt hier lang. Ja, finde ich auch. Und das Ding jetzt noch drehen. Gut gemacht. Ah. Okay. Okay. Was machen wir jetzt? Ja, schaut auf jeden Fall schon mal beeindruckend aus. Gut. Ich komme mal runter. Das ist halt die Frage. Was machen wir jetzt? Wahrscheinlich bräuchte ich jetzt nochmal einen Hinweis aus dem Tagebuch, oder? Jetzt geh halt raus aus dem Wasser, Nate. Das gibt's doch nicht. Kann ich jetzt hier irgendwas machen? Ach, wahrscheinlich den Dolch, oder? Warte mal. Was ist? Chloe, das ist nicht einfach ein Dolch. Das ist ein Schlüssel. Hm. Sehen wir mal, was er öffnet. Ja, schauen wir uns das mal an. So. Und rein damit. Das ist echt gruselig, aber... Sag... Ich hab den Klo. Klospülung betätigt. Wow. So, meine Freunde. Aber, was wir jetzt da in dem großen Klo freigeschaltet haben, das erfahrt ihr beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewirrt das Video. Schreibt fleißig Kommentare. Und wie immer, abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig. Vielen Dank fürs Zuckucken. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.